Hallo Leute, ich wollte euch ein bisschen was erzählen über diesen Spannungswandler. Ich habe euch eben schon mal vorgestellt. Also hier haben wir den Stecker für die Steckdose. Also, ja, hier. Gut, da ist ein Ringkern-Drafo, hier so. Da, der bringt etwa 13 Volt. Wechselstrom. Da habe ich nochmal eine Spulung drum umgewickelt, das kommt hier raus. Da hat man dann einen Strom, der hat nur noch 2 Volt, aber ein paar hundert Ampere. Diese Schellen sind hier schon leicht zusammengeschmolzen, also man kann Nägel und sowas klühen lassen. Dann haben wir hier einen Gleichschichter, dann kommt hier die 13 Volt raus. Auch diese O-Digelklammern. Uninteressant. Da, Hanna, kommt, weil ich noch ein Trafo hier eingebaut habe, verkehrt rum. In den 13 Volt geht auf den Kondensator, den man hier extra an- und ausschalten kann. Kommt hier ein Gleichrichter dazwischen gesetzt, da wegen des Kondensators. Kommt da ein gepulster Gleichstrom raus. Das heißt, man kann da mit Energiesparlampen betreiben oder sich ordentlich einen beraten lassen. Nein, das ist natürlich nett. Ja, Energiesparlampen mit betreiben oder andere lustige Sachen. Und hier ist eine super Plexiglasscheibe drauf, dank eines Kumpels. Die Kiste ist auch natürlich von jemand und der Inhalt auch der meiste. Damals noch mal ein Danke-Aussagen habe ich im letzten Video schon gemacht. Und ja, das war's eigentlich. Ich kann noch geschwind... Danach kann ich noch ein geschwindes Video drehen. Da werde ich auch die Energiesparlampe noch hinbauen. Und hier, keine Ahnung, Ventilator oder sowas, wo 13 Volt hat. Also gut, schaut den nächsten Teil an. Dann seht ihr das. Und dann mache ich jetzt Schluss. Und ja, werde dann im PC nachschauen, wie ich den letzten Teil genannt habe. Und auch wieder auf meine Homepage stellen. Und ciao.